willkommen ihr lieben zu einer folge clash of friends mit mir dem torsten ja wir gucken uns erstmal schön klangkicks angefangen würde ich sagen bevor wir hier loslegen im event im event im event im event ich finde ich finde es wirklich witzig aber wir hatten ja schon im live stream darüber kurz mal geschnackt und was ich so davon halte was davon finde es gibt da mal wieder einen punkt da bin ich ganz so mit den machern einverstanden aber ich bin eigentlich schon einverstanden aber lasst erstmal den zikalen gefühl gucken der war von ebnen habe ich ganz knapp haarscharf verpasst denn manchmal wenn ich ja in den aufnahmen einfach so drinstecken und wir haben irgendwie was schick ist oder was nettes live zu sehen dann nehmen wir das natürlich gerne mit hart umkämpftes rathaus hier unten meine herren ja aber die base gab es ja auch gleich zweimal und deswegen hat sich nach wahrscheinlich gedacht ich mach mal die eine und die gleiche angriff strategie auf ein oder dasselbe häuschen hier oder bäschen je nachdem hier ist es hier ist es etwas besser gelaufen als bei dem bei der anderen base ich habe jetzt beide angriffe schon gesehen denn vorhin hat die queen nicht ganz überlegt und der king auch nicht aber hier sieht das ganz gut aus ein bisschen nervig natürlich die beiden feger dass die noch stehen das hat er sich wahrscheinlich anders gedacht dass vielleicht er den ein oder anderen feger bekommt macht er auch jetzt ist auch okay der feger da unten ist down und jetzt geht der lalo party los also clean charge lalo oder sui lalo ist das ja letztendlich geht auch nach wie vor leute im rathaus 16 bereich ihr braucht nicht unbedingt nur die die wurzel kriegerin nehmen es also diese altbacken taktiken hier funktionieren auch immer noch ziemlich gut kann ich euch sagen zumindest wenn man sie kann zumindest wenn man sie kann oder aber vielleicht bereitet man sich auch einfach auf ein turnierchen vor so nach dem motto gut leider nicht erlaubt da muss sich das einfallen lassen und das macht er in jeden fall hier also schönes ding hier zum auftakt des ck hier oder meines letzten ck es wird mein letzter ck sein hier okay das ist mein letzter ck vor meinem kleinen kurzerlaub im kurzerlaub weiß ich noch nicht ob ich da wirklich mitmache oder nicht mitmache aber wenn ihr diese folge seht bin ich zwar noch nicht weg aber ich fahre dann am freitag abend in einen kurzurlaub wir haben gestern darüber gesprochen ob ich noch aufnehmen oder ob ich nur eine videofolge mache da ich heute kopfschmerzen hatte heute abend ich habe sie immer noch so ein bisschen habe ich mich dazu entschieden aufnahmen zu machen ja worum geht es eigentlich es geht natürlich um das event also es geht nicht um das event im moment läuft ja laufen ja tausend sachen auf einmal das harland event das harland event dann noch clanspiele der goldpass und jetzt noch ein event jetzt noch ein event sondern kommt dieser community event die finde ich allerdings gar nicht mal so schlecht wo die community meilensteine erreichen muss obwohl das so ähnlich ist wie hier hier gibt es ja bei den clanspiele immer noch dieses ablegen das kennt ihr ich mache nur ein spiel und dann habe ich mit den 100 punkten kann ich hier komplett alle belohnungen einmal bekommen mache ich natürlich nur 100 punkte kann ich kein zweites mal reingreifen also so ein bisschen was dahinter ist ja schon ich würde mir nach wie vor trotzdem wünschen auch wenn ich manchmal der leecher bin dass das ist hier nach wie vor in die tiers nur reingeht wenn du auch eine entsprechende punktzahl ich sag mal erbeutet hast und hast an den clanspielen teilgenommen und und nicht einfach mit 100 punkten kannst du alle fünf abgreifen ich meine dass das letztendlich muss das muss das jeder für sich selber wissen und für sich selber entscheiden aber so ähnlich sage ich mal ist es ja auch hier im community event das community mehr ereignis oder oder er ist ereignis heißt es glaube ich eher wo es natürlich wirklich coole sachen gibt keine frage und man kann sich die auch abholen und die stecken auch her also das ist dann wie so ein voucher und wenn wir jetzt mal reingucken könnt ihr das über buchen hier ich habe jetzt sechs von fünf ja also gar nicht mal so schlecht aber ich habe noch gar keinen angriff gemacht ich habe noch gar keinen angriff gemacht das heißt also alle die hier jetzt so ein bisschen daran teilnehmen da muss ich natürlich jeder an seine eigenen nase fassen sollten natürlich was tun und und dementsprechend an an diesem ereignis er oder mehr teilnehmen ja dass das wurde ja hier auch großartig angekündigt es läuft auch nur eine woche und die meilensteine und belohnung sind natürlich wirklich nicht schlimm nicht nicht schlecht mit 37,5 millionen gesamtzerstörung das hat man jetzt in ein innerhalb von einem tag gehabt bis dann nummer fünf und der posteingang im spiegel verschafft ihren überblick ok und also hier sieht man dann wenn natürlich der ball geht ihr habt das alles heute schon 1500 mal gesehen ich weiß oder gestern schon erstes erreichtes ziel ist ein trainingstrang ist aber schon mal nicht schlecht zweites erreichtes ziel armeeschubereignis für ein juwel nicht übel finde ich sehr sehr finde ich sehr sehr gut muss ich sagen vor allen dingen mit den ganzen mit mit passt mit dem event pass wie schnell deine truppen bauen wenn du dann auch noch eine pulle nimmst also und dann hast du noch den armeeschub für ein juwel da schaffst du richtig richtig viele angriffe sage ich mal in dieser einen stunde wenn du so ein boost an hast obwohl das ist ja eigentlich ein boost das ist ein armeeschub also da schafft man schon richtig viel und drei erreichte ziele doppelte sterne bonus inklusive ärze wohlgemerkt dreifacher und vierfacher sterne bonus inklusive ärze finde ich auch sehr sehr gut der sterne bonus werden am ersten juni aktiviert und dauern bis zum dritten juni also sterne bonus und das armeeschubereignis werden am ersten juni achso ok also auch wenn wir jetzt ganz ganz viel angreifen bringt das nichts es wird erst am ersten juni aktiviert und die zusätzlichen belohnungen für alle zugänglich seien wenn wir auch tolle preise in den speziellen sozialen netzwerken für jeden erreichten meinstern vergeben in den sozialen netzwerken muss man also irgendwo hier folgen et cetera oder sonst was machen also es gibt dann auch da zwei pecker statuen zu gewinnen und nicht schlecht leute ich hab's ja noch hinter mir da ihr seht ihr da immer da 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 ja es ist es werden aber wahrscheinlich auch die statuen seien nicht die goldene pecker statu zweiter mal zwei fußball skinsets auch nicht schlecht kann man sich schon paulo sparen keine frage zwei universalbücher nimmt man gerne mit zwei signierte early early harland fußball trikots ich glaube die sind richtig was wert nach würde ich sagen und jeweils 50.000 juwelen mit den 50.000 juwelen da hat super sehr wohl an manchen stellen hauen die die raus ohne ende aber manchen stellen geizen so rum ohne ende das verstehe ich manchmal nicht aber das was das was man auch nicht sieht man sieht halt nicht seinen eigenen ich sag mal seinen eigenen ja wie soll man sagen habe ich mal daran teilgenommen ja ich habe hier mit xx angriffen auch teilgenommen also ich stecke in den 37 millionen hier auch drin und so und deswegen ist das wieder so man muss es nicht mitmachen also spielt viel ich muss wenig spielen und trotzdem kriegt ihre worts das war auch ein bisschen doof es ist ein mehr spielereignis deswegen sollten wir schon so ein bisschen finde ich spielen ich habe das auch schon gemacht das ganze kann man natürlich ganz gut mit den klaren spielen verbinden da versuche ich auch wenigstens ein paar punkte zu kriegen wenn ich sogar 4000 weil ich würde ganz gerne trotzdem zweimal reingreifen in den topf auch wenn ich nicht mehr so viel zu schaffen habe hier aber paar mauern sind ja auch noch da und für alles das was gems gibt nimmt man auf jeden fall so was auch gerne mit also mal eben so ein bisschen ein bisschen rumgefahren und dann habe ich am event teilgenommen ich habe am event teilgenommen ich meine ich kann es dann immerhin sagen aber ich habe heute auch unheimlich viel ja was heißt unheimlich ich wollte gerade noch das pet tauschen hier das taucht irgendwie am king nicht ich wollte eben noch das pet tauschen aber wo ist mein pet aus da das tauchte irgendwie am king nicht so wirklich fand 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 ich nicht so gut am king ich finde nach wie vor den phoenix am king ganz gut das ding hier hinten den wütenden block den müssen wir noch mal ausprobieren ich habe ihn jetzt max und der ist vielleicht dann am worden etwas besser angebracht mit dem worden borg oder was auch immer okay gehen wir rein es wird natürlich auch gezählt dass die haarlangs dann auch immer schön genommen werden also habt immer noch spaß mit den kleinen haarlangs sie sind es ist mal wieder eine event truppe und event truppen das wisst ihr selber bei supercell sind einfach immer na nicht op will ich nicht sagen aber sie sind schon etwas außergewöhnliches und das trifft natürlich absolut auch auf die auf die kleinen haarlan zu das ist ist das ist eine ungewöhnliche oder eine einzigartige truppe ist weil sie können halt mit 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 einem ball ganz schön viel anstellen okay das kann der haarlan natürlich auch der kann noch noch viel viel mehr anstellen ja leider hat es im ueva pokal gestern nicht gereicht für die werkself schlecht gespielt nicht wirklich nicht wirklich gut gespielt also wir haben das spiel so neben nebenher geschaut im stream und es war nicht so so der highlight also wisst ihr selber was ich meine okay aber wir finden gar keinen gegner hier hat das hat das problem hatte ich heute schon öfter wir müssen ja natürlich wir müssen allerdings nur diese 2000 dunkles eben eben mal rein pumpen aber was ihr auf jeden fall machen könnt ihr könnt mal ein bisschen in die tasten greifen leute und könnt mir mal sagen was haltet ihr denn eigentlich von diesem event was haltet ihr von dem neuen event ist das in ordnung oder ist es nicht so dolle okay da konnte noch einmal schießen das ist in ordnung trollte mich da alter betreut er mich einfach naja okay sei ihm gegönnt natürlich kann er mich da treuen natürlich kann er mich da treuen keine frage so hier können wir schon mal so ein bisschen was machen da brauchen wir nichts wir haben allerdings auch ein paar heiler dabei und natürlich ein paar rudis ein paar rudis dann lassen wir die da erstmal ein bisschen ackern hier kommt erstmal keiner dran und mal sehen wie weit ich den flamen finger eigentlich tatsächlich bekomme die dicke kanone ist das schon mal weg das was ich natürlich jetzt nicht bekommen darf es noch ist noch ein trolltesla da irgendwie auf der ecke oder so nein jetzt ach ok ok plan b plan b erstmal schon plan b bringen alles klar sehr ärgerlich naja ist völlig wahrscheinlich auch noch mal eine queen war das wäre jetzt noch ärgerlicher das wäre noch ärgerlicher king mit rein worden hier mit rein da machen wir erstmal ein frost drauf so die queen ist auch schon gezündet ok das war jetzt wirklich gerade ein bisschen ärgerlich naja das war wirklich ein bisschen dusselig so noch haben wir ein paar ruhtreiter am start zimmer den mal nehmen hier hinten unseren world champion mit rein ich habe die nato ich toto findet die nato ok mit mit einsam dusseligen magier ok nicht schlecht naja war der angefall in ordnung würde ich sagen ok so ihr habt gar keine mucke gehabt start starte ich jetzt mal ein bisschen für euch dann hört er auch noch ein bisschen hintergrund gedudelt aber manchmal wollt ihr das ja gar nicht haben ach da ist ein tesla ok da ist ein tesla auf geht's ihr hocks aber der world champion eilt euch ein bisschen davon es ist es ist immer wieder schön anzusehen wie die abgeht meine herren wie es die wirklich abgeht aber genauso schnell ist es auch gestorben gerade aber hier hinten ist noch mal ein bisschen mehr feuer zwölf sekündchen noch queen quält sich quält sich noch da an der mauer und wir verlieren die hocks naja wir verlieren die hocks noch nicht okay aber wir verlieren die zeit naja die 2000 haben einen fall gemacht paar fußbälle gab es auch noch ich hoffe ihr habt das ganze fußballeignis auch ein bisschen mitverfolgt und dann können wir hier wieder bauen und kriegen hier noch so ein paar so ein paar schulchen den haben wir sowieso schon länger voll also passt das ihr könnt mir gerne in die kommentare schreiben was ihr von den event real event haltet also event mehr event noch mehr events also lot lot am lotesten wenn euch das ganze gefallen hat dann wünsche ich euch auf jeden fall erstmal ein wunderschönes wochenende wir sehen uns dann vermutlich erst am nächsten mittwoch wieder also nicht am montag sondern am mittwoch erst wieder weil ich bis einschließlich dienstag wie gesagt so ein bisschen kurz auch mache sei mir gegönnt oder und dann würde ich sagen daumen hoch abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns auf jeden fall wieder vielen vielen dank für eure aufmerksamkeit und natürlich auch für euren support bis dahin ciao ciao euer toto ja